Mittlerweile kenne ich es auswendig. Ein kleines Maß an Größenwahn das wir hegen gegen dieses Wörmen. Okay. Skibbidibobndada. Skibbiditoilet. Nein. So, ich schnapp mir eben das eine Mat-Pack, was hier da ist. Genau, und das hier. Au, ich hab einfach direkt ne Schelle. Nein, das kannst du vergessen, Freund. Der soll sich zweimal überlegen, mich anzugreifen, ey. Erstmal nachladen. Da. Da oben. Da kommt Herz-Effekt. Wo ist er jetzt? Da oben. Aha! Da klippt was. Bäm, weg die Drecksdauer. Dritte Granate ins Gesicht geworfen. Die Muni hab ich aber auch nicht mehr. Ich seh noch, ich hab auch die grünen Augen. Da, hinter mir. Aufpassen, jetzt kommen dann bald auch noch die Fernkämpfer. Ja. Ja. No you don't. Was ist dein Genes? Hinter dir. Meine Güte haben sich meine Gesundheit durchgesetzt, die ganzen Gorns. Die sind schlimmer als der Lektor selber. Ja. Auf den, auf den Boss kommt man klar, aber nicht auf diese Scheißklasse. Ah, komm, jetzt ist der natürlich in Heavy Attack. Nope. Fernkämpfer. Au. 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 Au, dass ich, brauch Heilung, ne ich brauch Heilung. Gibt's noch irgendwo Heilung? Äh, ganz hinten. Oh Gott, ja da muss ich erstmal hinkommen. Da wollt die ganzen Gegner gerade sein. Äh. Ah. Ich hab's gerade einsetzen wollen. Oh shit! Ausweisen. beide ja ja ich wollte gerade einsetzen experience experience ok er ist wieder oben nein achte gott im himmel hör auf mich zu erschrecken hi bruder na wie geht's hey bruder wie geht's ah zumindest gut bruder und dir adieu brother i'm pinned here ich komm nicht weg kann der sich mal wieder unsichtbar machen und uns in ruhe lassen wir werden einfach schon bediskriminiert von den dingern jumpscared nämlich des todes einfach wenn er so angeflogen kommt er ja reiche die anderen keine kurs das einfach der schrei simulator entweder man regt sich auch wenn man keine fps oder weil man gejumpscared wird ja oder wenn man umgebracht wird je nachdem weapons ready please aber wir schreien alle nur haben die verschiedene gründe ich werde morgen in der arbeit heißer sein was soll ich sagen ich habe morgen eine generalprobe vor mir oh shit bruder generalprobe ja im pro theater oh ah ah deswegen hast du derzeit so wenig zeit jetzt verstehe ich genau nicht nur das ich bin nicht nur im pro theater ich bin sogar zwei anderen theaterstücken drin oh ja ja herzlichen glückwunsch danke okay du bist wie direkt umgeschaltet auf gewalt er kommt doch nicht angeflogen hinten hinten was wird passiert wenn wir eigentlich wie kleine kinder um den baum herum herum gehen dass er keine schussfahnen hat um uns anzuheaten ich habe auch zu sehen gefettfingert und eine meiner stimms verbraten ich hole mich das ist viel mies aber ich liebe diesen kampf ja der kampf ist lustig hunde nein gibt es nicht au au aua hey bleib da äh äh hu aua kurz mal für die helfte meines lebens weg jetzt wieder gegang bangt wir haben drei komplett verrückte den nächsten brauche ich jetzt direkt den nächsten brauche ich jetzt direkt oh oh hua 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 erst mal das ding ab für einen die man anderen abkleben ja ich halte ihn gerade bei mir sehr gut ich bin unterwegs du blödes anschloch hör auf weg zu springen nach händchen ja ich brauche leben ich bin unterwegs ich habe ihn bei mir ja ich habe ihn gehalten danke soll du zu mir ich habe dran ich darf nicht sterben auf keinen fall da die man von sagt das ist auch sterben versuche dann abzuheben so ganz tot weg da noch nicht jetzt gleich na also das hat nicht mal so lange gedauert war kein problem wir waren sehr männliche männer und haben nicht geschrien hier ist ein checkpoint ist sonst müssen wir den kampf noch mal machen ja ich muss halt die klappe guck mal da hat jemand sein helf vergessen kann ich den austauschen der rote helme passend zu meinem outfit nein also ich finde er der rote helme steht er sehr gut weiter da ist kurz meine andere uferseite durchgekommen ich erinnere mich doch abort gewähr ja ich mich mag die mit der granatenwerfer schon ganz gerne er hat sich gerade gut überwarteilt gemacht wir haben schon eine brücke ich wollte noch niemals gutes zeichen was oben sniper ja war auch nur ich bin vergiftet in die ecke mit dir stiefel kreis ja wir müssen die brücke jetzt halten du du oh ne ok echt woran hat er das jetzt ausgemacht damit der feindliche präsenz ist unmöglich bett das leid die habe ich aber schon nachvollziehbar ok passt hey ja pass pass wo was da ich sehe kein pass oh gehen wir ein Stück vorwärts anders vorwärts geht aber gar nicht auf mich zu es gibt es glaube fast vorbei warte ich passe dir zu bei mir ist da kein fass ich finde immer wieder schön wenn die ragdolls kleinzeit sind ich spiele auf zeitlupe Ok tsch ich habe auch gute konversationspartner wirklich 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 bei no chick muss ich sagen haben müssen das nur wegnehmen ist die ströcke hallo katze laden der ressourcen lander schossen nein brüder krankheit mir die aufzugmusik nur fliegt nur fliegt quer durch die facility teleportiert bei mir ist er von links und rechts quer durch die facility geflogen der name war teilweise in der wand macht feuer dahin macht feuer dahin die rippers das sind solche kackviecher da gibt es munition für ein paar blaster also spezifische mission auch schade ja und regulär aber nichts aber hier sind noch ein paar kisten zum rumklicken ja jetzt hat er mir die kiste jetzt schaut man die zersägen kann dann vorwärte zu finden scheinbar nicht bei verrückter in dem gang nun denn da kann ich runter ok warte jetzt will ich aber die munition mitnehmen ich habe gerade ein tisch ist schön aufgebaut und die geht einfach was ist da hinten eigentlich frage ich mich gerade vorsicht okay ich verstehe die großen bäume munition teile hier ist mani da kann ich nicht benutzen da genau was cooles gibt was mitnehmen können munition noch mal power blaster okay kein data set oder irgendwas da kommen wieder ein großes ja sehr ja danke das haben wir auch schon rausgefunden ich habe das feuchte geduld jetzt dürfen wir bleiben aber mit sich ja der plan gedrückt sie kommen können bei mir helfen ist ein fetter batzen ich habe keine munition mehr gleich ich habe keine munition dafür den blaster und der ecke und die ecke hier wenn du zur türe dieser munition ja ich weiß ja mein charakter steht noch nicht ja will erhoffen wir hätten die fast nicht gehabt ja 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 ich denke ich kann mich zu mir selbst heilen also nimmt jemand anders deswegen ich habe keinen mehr kommt ich darf nur nicht mehr umgeben du bleibst aber hinter mir das bringt nicht sehr viel ich weiß ich wollte nur sagen wir sind bruder wir sterben zusammen im geiste ja ich glaube hier müssen wir drauf drücken wahrscheinlich erwartet ja ich sehe was du meinst aber ich schaue jetzt kurz hier in der gegend rum bevor wir irgendwas anfassen oh hallo dann sollten wir erst mal interagieren weil hier ist eine ganze horde die ich gerade kurz mal weg muschen muss der kunde ja da vorne also bei mir steht wir müssen region ja ich glaube wir müssen hierdurch mädchen ja also sollten wir erst mal interagieren mit dem gegenstand eventuell schon ja ok wir gehen zurück zum knopf genau wieder munition mitnehmen heute kopf los oh hallo keine so gute idee darauf eine wunderbare idee darauf zu drücken wo ist der checkpoint denn eigentlich ein theoretisch ein guter punkt von aufmann pause ja 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 22 klingt gut 20 klingt gut bis drei stunden lang pures massaker gab ja okay ja das ist gut dann kennen wir mal ganz kurze schlacht parker zurück ich nehme euch mal mit ich hätte sowieso was geworfen okay doch nur haja das naja das war nett also ich hatte den lichter schwerer in erinnerung aber damit doch alleine gespielt ja 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 und da fokussiert er halt sich nur auf dem spieler und das ist halt massive kotze oh naja das ist dann die art versperrt lernen muss ich damit umzugehen ich habe mir deswegen dieses moveset auswendig gemerkt diese fucking antenne äh ich gebe euch bloß mal den tipp wenn das moveset schon scheiße war der endboss hat noch ein beschisseneres euch bemüssen sich ja mehr sage ich nicht das ist das ist der größte kotze das wird amüsant mission abgebrochen ja amüsant ja nun denn liebe gemeinde wir sehen uns beim nächsten mal wenn wir tiefer in dieser angelegenheit reingehen und dann schauen wir einfach mal wir haben die antennen geschafft wir haben den lichter geschaffen wir werden das spiel schaffen insofern liebe gemeinde bis zum nächsten mal schützt ich habe noch gerade versucht schützt.